Herr Professor Mayer, Bärenberg ist keine Bank wie jede andere? In der Tat. Wir sind uns bewusst, dass Kunden der Bank seit über 400 Jahren ihr Vermögen anvertrauen, damit es sicher ist und verlässlich Mehrwerte schafft – im Depot und in der Gesellschaft. Natürlich ist unsere lange Historie Ansporn, aber der wichtigere Anspruch ist, dass jeden Tag alle am heutigen Erfolg für und mit den Kunden hart arbeiten. Bärenberg steht für Kontinuität im Finanzgeschäft. Das bedeutet vor allem die unbedingte Bereitschaft, sich den Veränderungen einer dynamischen Branche zu stellen und diese aktiv mitzugestalten. Wie gelingt das in der Vermögensverwaltung? Der Markt ist ständig in Bewegung mit sich ändernden Rahmenbedingungen. Da gibt es keine einfachen Lösungen von der Stange oder solche, an denen man für Generationen festhalten kann. Für ein gesundes Verhältnis aus Rendite und Risiko nutzen wir für unsere Kunden im Wealth Management die Kompetenz und Erfahrung der kompletten Bärenberg-Plattform. Gewachsene Kernkompetenzen im Wealth und Asset Management zusammenzubringen – wie organisiert man das? Nun, wir haben einen mehrstufig strukturierten Investmentprozess bei Bärenberg, der permanent läuft und ständig verbessert wird. Dabei bündeln wir die Kompetenz unserer Volkswirte, Investmentstrategen und Anlageklassen-Spezialisten. Bei uns arbeiten die Experten der gesamten Bank eng zusammen. Das ist einer der vielen Vorteile bei Bärenberg. Die Wege sind kurz und alle Ideen kommen auf den Tisch und in die Diskussion. Aus dieser Diskussion entwickeln wir im Investmentkomitee die Hausmeinung und definieren die Kapitalmarktprognosen – unabhängig und teils auch konträr zur Mehrheitsmeinung am Markt. Die Hausmeinung bildet wiederum die Grundlage für das Asset Allocation-Komitee. Hier werden im Wochentakt und bei Bedarf auch ad hoc Einschätzungen zu den Attraktivitäten der jeweiligen Anlageklassen, Regionen und Segmente vorgenommen und taktische Anpassungen entschieden. Die Portfolio-Manager übersetzen diese Entscheidungen dann für die von Ihnen verantworteten Anlagestrategien. Unter Einbezug unserer Expertise bei der Titelauswahl implementieren Sie diese Veränderungen. So sorgen wir dafür, dass die Stärke der gesamten Bärenberg-Expertise reibungslos in Performance für unsere Mandate übersetzt wird. Um es salopp zu sagen, so bringen wir unsere PS auf die Straße. Und wie macht Bärenberg diese Analysen und Einschätzungen für die Kunden im Wealth-Management verfügbar? Nun, zum einen haben Kunden natürlich über unsere vermögensverwaltenden Investmentlösungen Zugang dazu. Zum anderen kommunizieren wir unsere Analysen und Einschätzungen transparent und zeitnah in unseren Kapitalmarktpublikationen und im täglichen Austausch mit unseren Kundenberatern. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir auch in schwierigen Marktphasen souveräne Entscheidungen für sie treffen und die Beweggründe jeweils auch erklären können. Bärenberg ist bekannt für kundenorientierte Beratung. Welche Entwicklungen erkennen Sie auf Kundenseite? Zunächst einmal die transparente Kommunikation über unsere jeweils aktuelle Positionierung wird auf Kundenseite sehr geschätzt. Genauso, dass unsere Beraterinnen und Berater die aktuelle Positionierung genau kennen und immer auf Höhe der Analyse sind. Unser aktives Management agiert ja entsprechend der individuellen Mandatstrategien. Das heißt, wir definieren in der Beratung mit unseren Kunden die Ziele und das Anlagespektrum, in dem sich das Mandat bewegen soll. Kundenanforderungen sind natürlich unterschiedlich und daher haben wir fokussierte Strategien für diverse Zielstellungen. Und bei Bedarf können auch individuelle Vorgaben beachtet werden. In der Tendenz sehen wir mehr Flexibilität und eine wachsende Nachfrage für nachhaltige Investments. Hier sind wir traditionell durch die Betreuung von Stiftungen sowie kirchlichen und öffentlichen Einrichtungen schon lange engagiert. Und wir bringen durch den Ausbau unseres ESG-Engagements und unser integriertes ESG-Office mehr und mehr Investments auf einen nachhaltigen und lukrativen Pfad. Denn welches Risiko unsere Kunden auch eingehen möchten, unser Ziel ist, dass sie mit ihren Risikoanlagen überdurchschnittlich von den Chancen der Kapitalmärkte profitieren. Bei maßvoller Risikobereitschaft und einem langfristigen Anlagehorizont. Dafür treten wir alle gemeinsam für unsere Kunden an. Wenn Sie mehr über das Bärenberg Wealth Management erfahren wollen, freuen wir uns über Ihre Mail oder Ihren Anruf. Bärenberg. Weil wir da sind, seit es Aktien gibt. Bärenberg. Weil wir da sind, seit es Aktien gibt. Und das ist Aktien gibt. Weil wir da sind, seit es Aktien gibt. Wir haben hier einen Ansatz mit ihrem Schmalen und Schmalen, denn wir müssen Das Aktien gibt. Das Aktien gibt. Und wir müssen hier dann in der Mitte, weil wir das Aktien gibt. Und wir müssen das Aktien gibt.